Willkommen bei Nordvideorat. Judith Schonks, auch eine Landtagsabgeordnete, die sich beworben hat, möchte sich vorstellen. Mein Name ist Judith Schonk, Kreisland Hannover Stadt. Ich bin Diplom-Juristin und Steuerfachangestellte. Ich bin im Stadtbezirksrat Brotfeld-Fahrenheide. Dort stehe ich für die Themen Sicherheit, Erhaltung von Arbeitsplätzen und insgesamt für das Thema Steuersenkungen. Ich habe Anträge gestellt für eine 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnete Polizeistation, Anfragen zur Sicherheit auf kleinen Wegen und Ecken im Stadtbezirk und eine Anfrage zu einem möglichen Blackout, was gedenkt die Verwaltung zu tun bei einem möglichen Stromausfall. Auch im Landtag werde ich für die Themen Sicherheit, Verhaltung von Arbeitsplätzen und Steuersenkungen stehen. Im Land Niedersachsen wären das die Grundsteuer und Erwerbsteuer. Es gibt noch weitere Steuern, für die das Land zuständig ist, die Biersteuer, Spielbank, Steuern und Abgaben, Verkehrssteuern, Erbschaftssteuer wäre die Vermögenssteuer, die abgeschafft ist. In dem Bereich kann man viele Steuern senken, Einkunftssteuer, Umsatzsteuer insgesamt. Auch auf der Straße habe ich im Wahlkampf 2021 im Superwahljahr mitgewirkt, bei Demonstrationen für unsere Freiheit und unsere Grundrechte. Ich werde weiterhin aktiv sein, auf der Straße und im Parlament. Das war eine zukünftige Kandidatin vom Landtag.